Willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich bin es wieder, euer Alex und es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. In diesem Video soll es sich alles um den Versand drehen, beziehungsweise den DHL-Geschäftskundenvertrag oder auch als Privatkunde. Wir schauen uns an, anhand einer Kalkulation, wann es sich lohnt, einen Geschäftskundenvertrag eventuell abzuschließen oder ob man den Versand dennoch als Privatkunde abwickelt, um hier bessere Kosten zu bekommen. Viel Spaß bei diesem Video, bleibt unbedingt bis zum Schluss dabei. Freunde, lasst uns mal einen Blick darauf werfen, wie der DHL-Versand aussieht und ab wann es sich lohnt, vielleicht ein DHL-Geschäftskunde zu werden oder wann man einfach lieber den Privatkundenservice nutzt, um hier einfach bessere Preise effektiv zu bekommen für seinen Versand. Ich habe auf diesem Kanal bereits mehrere Schritt-für-Schritt-Anleitungen und Videoserien erstellt für Marktplätze wie Amazon und Ebay, wo du Schritt-für-Schritt das Ganze für dich aufbauen kannst, um hier effektiv auf Marktplätzen verkaufen zu können. Wenn du das Ganze nicht gesehen hast, dann findest du alle Informationen sowohl auch zu dem DHL-Thema unten in der Videobeschreibung. Und falls dich solche Themen interessieren, dann lass gerne hier mal ein Abo da und gib dem Video jetzt schon mal einen Daumen hoch für diesen Content, um uns gegenseitig hier zu unterstützen und als Community zu wachsen. Und du siehst, ich befinde mich hier schon auf der DHL-Geschäftskundenseite bzw. auf der normalen Seite, aber wir können hier DHL-Geschäftskunde werden. Und ich habe hier noch eine zweite Seite, wo wir Online-Frankierungen vornehmen können im Privatkundenservice. Und das werden wir mal gleich gegenüberstellen und schauen, wann es sich denn lohnt, überhaupt Geschäftskunde zu werden oder wann man es eigentlich nicht braucht. Und ich kann dir sagen, es muss schon eine große Menge sein, vorab sage ich dir das, um hier effektiv bessere Preise über den Geschäftskundenservice zu bekommen als über den privaten. Und lass uns einmal kurz noch über die Vorteile sprechen von DHL. Ich selbst zum Beispiel nutze DHL schon mehrere Jahre. Ich schätze so sechs bis sieben Jahre nutze ich DHL und arbeite mit denen und bin hier definitiv Geschäftskunde, weil ich ein hohes Aufkommen habe an Paketen. und dementsprechend kann ich hier nur sparen. Also für mich würde sich das private Label oder der private Service in dem Falle nicht lohnen. Und es lohnt sich für mich hier. Und wir können hier direkt auf der Seite mal auskalkulieren, wie viel wir denn pro Jahr verschicken, um hier wirklich effektiv auch schon mal eine Vorabansicht zu sehen, wie die Preise sind. Das Ganze kann natürlich sowohl variieren nach oben als auch nach unten. Aber der Service ist sehr, sehr gut, muss man sagen. Also welche Vorteile haben wir bei DHL? Wir haben bei DHL dementsprechend einen sehr guten Service. Die sind weit verbreitet und decken hier deutschlandweit, aber auch weltweit sehr gut das Ganze ab. Und haben eine sehr gute Infrastruktur. Dementsprechend haben wir die Möglichkeiten, ein Abholservice zu organisieren. Das heißt, jemand kommt zu dir und holt deine Pakete vor Ort ab. Das Ganze ist nicht mit Mehrkosten verbunden, sondern ist teilweise mit in dem Geschäftskundenvertrag geregelt und wird dann dementsprechend keine weiteren Kosten mit sich bringen. Was haben wir noch? Wir haben ganz viele DHL-Filialen oder auch irgendwelche Shops, die DHL-Service anbieten, die DHL-Pakete annehmen, sowohl Retouren, aber auch als ganz normal den Versand. Wir haben verschiedenste Packstationen, wo wir unsere Pakete zu jeder Zeit einliefern können, auch nachts um drei. Das ist auch alles kein Problem. Da werden die Pakete abgeholt und von den Zustellern dann dementsprechend weitergeleitet. Und wir haben einen sehr guten Service in Bezug auf die Zustellzeit. In der Regel habe ich die Erfahrung gemacht, zwei Werktage deutschlandweit und das Paket wird zugestellt. Manchmal kann es dann drei, vier Tage dauern, aber das ist tatsächlich nicht die Regel, sondern eins bis zwei Werktage sogar. Und das läuft sehr gut. Die Kunden sind zufrieden und nutzen auch natürlich auch diese Services, wie zum Beispiel Packstationen oder man vereinbart individuelle Abholorte bzw. Ablageorte. Genug dazu. Lass uns einfach mal kurz gucken, wie das mit den Zahlen aussieht. Also wir sehen ja hier schon Vorteile ab 200 Pakete pro Jahr. Das bedeutet so um den Dreh 15 bis 20 Pakete pro Monat solltest du schon haben. Und wir können hier einfach mal eine Kalkulation mit den ganz normalen 200 Mal starten. Und dann wird hier direkt uns ein Preis angezeigt von ab 4,62 Euro. Für den nationalen Versand, den internationalen Versand muss man natürlich gesondert behandeln, aber darauf wollen wir heute gar nicht so den Fokus legen. Wenn du international verkaufst, kannst du natürlich hier mit ein Angebot anfordern. Und was wichtig ist zu verstehen, wir haben hier erstens ab. Also das kann sein, dass es definitiv auch teurer werden kann, aber auch günstiger. Und wir haben hier die zwei, wo ihr dann auch einfach unten mal nachlesen könnt. Das Ganze bezieht sich hier auf Pakete für 1 Kilogramm Pakete mit den Maßen 1,20 Meter mal 60 mal 60. Und das sind mindestens 200 Sendungen pro Jahr. Und es muss dazu gerechnet werden, die Umsatzsteuer. Die ist hier nicht mit in dem Preis drin. Das bedeutet, wenn wir das einfach mal kurz rechnen würden, dann sind wir hier bei 4,62 Euro mal 19 Prozent, sind wir bei 5,49 Euro bei 200 Paketen. Lass uns einfach mal die Versandmenge ändern auf 1.000 Sendungen. So habe ich zum Beispiel auch angefangen. 1.000 Sendungen habe ich angegeben pro Jahr. Und da seht ihr schon, der Preis verändert sich, aber auch nicht wirklich. Wenn wir das Ganze mit Mehrwertsteuern dazurechnen, dann sind wir hier bei 5,25 Euro oder 26 gerundet. Natürlich würde der eine oder andere sagen, ja, ich kriege aber die Mehrwertsteuer wieder. Aber wenn du die Kleinunternehmerregelung anwendest, was viele Unternehmer vielleicht bevorzugen für den Anfang, dann hast du hier den Bruttopreis. Da kannst du nichts mit der Mehrwertsteuer machen. Du bekommst sie nicht wieder, musst sie natürlich aber auch nicht abführen. Dennoch muss man dann gucken, ob es sich vielleicht verhältnismäßig im Privatkundenservice besser lohnt. Und das werden wir uns gleich anschauen. Wir werden nochmal eine andere Versandmenge angeben und zwar ab 10.000 Sendungen pro Jahr wird es tatsächlich interessant. Und hier bekommst du dann auch ein individuelles Beratungsgespräch, kannst du hier vereinbaren und hast dementsprechend hier dann die Möglichkeit, auch ein bisschen zu, wie soll ich sagen, zu verhandeln. Man weiß ja nicht ungefähr, wie viel man wirklich hat, vielleicht aus der Vergangenheit. Aber man kann hier schon ein bisschen handeln. Zumindest ist das meine Erfahrung so. Und die Preise steigen tatsächlich jährlich, teilweise auch mitten im Jahr irgendwann. Erhöht hier teilweise DHL die Preise und dennoch kann man dann verhandeln und sagen, ja schauen Sie mal, in der Vergangenheit hatte ich weniger, jetzt habe ich mehr. Können wir denn hier nicht über den Preis sprechen? Und dann sind die teilweise bereit, auch hier mit dem Preis natürlich ein bisschen nach unten zu gehen. Haben natürlich aber auch verschiedene Bedingungen, die erfüllt werden müssen. Und dementsprechend mach hier einfach mal eine Kalkulation, beziehungsweise du kannst dich hier auch einfach ganz normal anmelden und dann einfach mal ein Beratungsgespräch hier in Betracht ziehen vorab. Und dann hast du hier die Möglichkeit, einfach mal drüber zu sprechen. Und dann werden die dir dann verschiedene Preistabellen vorgelegt. Und dann kannst du anhand dessen entscheiden. Lass uns mal einen Blick drauf werfen, wie das im Privatkundenservice aussieht. Denn es kann durchaus sein, dass im Privatkundenservice auch bei viel Versandmenge gute Preise entstehen. Und zwar schon ab 100 Paketen oder auch weniger. Wir haben hier 10, 50 und 100 Pakete, wo wir verschiedene Rabatte bekommen. Nochmal einen Schritt zurück. Wir haben hier verschiedene Tarife. Und das Ganze fängt hier mit Päckchen an, die natürlich nicht versichert sind, die auch keine Sendungsverfolgung haben. Was nicht so gut ist, wenn man auf Marktplätzen wie Amazon und Ebay verkauft, sollte man schon das Ganze mit Sendungsverfolgung und am besten sogar mit Haftung hinterlegen. Und das fängt hier schon an, bei Paketen ab 2 Kilogramm, Maße natürlich 60 mal 30 mal 15 Zentimeter. Also schon ein guter Maß für ein Paket. Und fängt hier bei 5,49 Euro an. 5,49 Euro. Und hier ist das Paket dementsprechend dann auch bis 500 Euro versichert und hat natürlich eine Sendungsverfolgung. Und diese 5,49 Euro sind tatsächlich inklusive Mehrwertsteuer. Ja, weil für Privatkonten-Service ist hier das Ganze dementsprechend schon mit kalkuliert. Zumal hier gar keine Mehrwertsteuer darauf anfällt. Es ist genau derselbe Preis, wie du den siehst. Den wirst du auch bezahlen. So, dann haben wir hier die nächste Möglichkeit auch bis 5 Kilogramm Pakete. Und dann die Maße, wie auch beim Geschäftskonten-Service. 1,20 Meter mal 60 mal 60. 6,99 Euro klingt erstmal viel, aber wir haben hier die Möglichkeit Sparsets zu kaufen. Das heißt, wenn du schon weißt, du hast viel Ware, die du verschicken wirst, dann kannst du auch direkt viele Labels kaufen. Und diese natürlich dann individuell mit Adressen versehen, wo du dann hin verschickst. Und das sind quasi dann so Marken, die du als Masse kaufst. Und wenn wir hier das Ganze mal hochkalkulieren auf 100 Stück, dann haben wir hier zumindest bei dem Tarif, bei dem Paket, was 1,20 Meter mal 60 mal 60 ist, haben wir hier für 100 Labels einen Preis von 6,19 Euro pro Stück. 6,19 Euro pro Stück, das sind vielleicht sogar bessere Preise als im Geschäftskontenportal. So, jetzt kann es aber sein, dass du diese gar nicht brauchst. Vielleicht hast du kleine Waren, die du viel verschickst und natürlich auch gerne versichert haben möchtest. Dann gucken wir mal hier, wie das Ganze aussieht und zwar bei 100 Stück sind wir bei 4,69 Euro. Und dann sind wir definitiv unter dem Preis, der uns hier angezeigt wurde, weil hier haben wir ja noch die zuzüglich die Mehrwertsteuer. Und hier ist sie halt schon inklusive. Und da kann es durchaus sein, dass du pro Paket bis zu 50 Cent und mehr sparen kannst. Und bei 100 Stück macht das 50 Euro und mehr aus. Also, dementsprechend solltest du das Ganze hier mal für dich kalkulieren, schauen nach den Maßen deiner Pakete und dann dementsprechend dich entscheiden, ob du dann hier im Geschäftskontenportal das Ganze machen möchtest oder Geschäftskonten-Service von DHL oder als Privatkunde. Und für beides kriegst du natürlich Rechnungen und kannst dementsprechend das Ganze hier auch für die Buchhaltung natürlich belegen und anwenden. Wir haben hier auch die Möglichkeit, das Ganze hier für EU-Länder zu machen. Da siehst du, welche EU-Länder abgedeckt sind. Und auch hier kannst du dann dementsprechend weitere Sendungen dazukaufen. Und ja, so viel dazu. Also, entscheide dich selbst. Vielleicht hast du ja schon einen Geschäftskontenvertrag und gewisse Tarife. Wenn du die hier mit uns teilen möchtest, dann gerne mal unten in den Videokommentaren einen Kommentar abgeben, wie es bei dir preislich aussieht. Muss man natürlich vorsichtig sein, aber dementsprechend kannst du das Ganze hier anonym teilen und dann gucken, wie sich das verhält zu den anderen. Und ja, so viel dazu. Ich hoffe, dir war das Video ein bisschen einsichtig und hilfreich für den Versand, den du hier für dich abwickeln möchtest. Und wenn du mehr davon sehen möchtest, natürlich gerne ein Abo dalassen, den Kanal abonnieren und die Glocke drücken. So verpasst du dann kein weiteres Video mehr. Und ich hoffe, das Video war hilfreich und gib dem Video dazu einen Daumen hoch. Und freue mich, wenn du beim nächsten Video dabei bist. Wünsche dir weiterhin viel Erfolg beim Kaufen und Verkaufen und bis zum nächsten Video. Ciao. 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 Ciao.